und da bin ich wieder weiter geht's und zwar ich habe eine idee bekommen wenn wir ihn nicht retten haben wir ein problem und zwar wir müssen das hier jetzt nutzen alle anderen wege würden uns im tot bedeuten führen zu seinem tot besser gesagt diese begraben die besorgt vorgleich wie muss auch zu wollen wir die so als können wir es sich auch bekämpfen Das Viech ist ein Bastard. Das Viech besiegen wir jetzt nicht zum ersten Mal. Aber wie geht... Oh, Alter! Ja, da sterben wir jetzt eh gleich nochmal dran. Oder? Ja. Juhu! Was ist das für ein Mist? Wir sehen uns gleich wieder, ich überlege mir was. Und ich bin wieder da. Der Kampf beginnt diesmal direkt. Also ich darf direkt diesen Kampf wiederholen. Sehr schön. Wir machen den Kampf hier mit voller Energie. Einzige, was übelst auf die Eier geht. So, jetzt Nummer 1. Wir müssen das ein paar Mal machen. So, komm ran. Scheiß Viech. Was ist das, ey? Dieser Stink nervt! Jetzt immer Kämpfe sind, auf so engen Raum, dass man dem Viech nicht ausweichen kann. Ich mach den Kampf gleich nur falls aufs Scream, wenn der noch länger dauert. Und er taucht ab. So ein Scheißviech. Komm! Nochmal. Und er taucht ab. Und erfasse ein bestimmtes Ziel und drücke A. Okay. Sequenz. Das war schrecklich. Danke, Prinzessin. Also, du gehst hier raus, auch? Du gehst? Kommandant hat uns eine neue Direktive, um zu bewegen als Einwohner. Unsere Punkt war eine Navigation-Boot hier, aber wenn niemand gezeigt hat, ich dachte, ich würde einfach mal schauen. Das ist, wenn ich mich durch die Dinge, die du gerade gesehen hast. Was ist dein Einwohner-Einwohner? Ich schrege diesen Monster. Wir gehen nach dem Geothermalkan-Plan, um den Magma-Eruption-Port. Ich muss die Macht in diesem Ort, um zu sehen, dass ich die schöne Gesichter sehen kann. Ja, es scheint ein wenig zu viel, um die ganze Einwohner zu senden. Aber er ist der Kommandant. Er muss ja eine Chance haben. Also, Samus. Wie fühlst du mit dem Kommandant? Einwohner-Einwohner hat einen Weg nach dem Geothermalkan. Ian, be careful out there. I know this is a routine fix, but don't let your guard down. There were 300 people on board. Their lives are in your head. Roger that. Commander, the drive unit's going critical. The unit is overheating beyond our estimates, sir. Ian! Commander Malkovich, unit melt-out imminent. It's gonna explode! Prepare to disengage the drive unit immediately. But Ian's still inside! Adam, I can reach him. Give me the order, please. Lock and secure the shielding doors now. Adam, wait! There's still time. I can make it. Please, let me go. I mean... That's Ian. That's your little brother out there. We're out of time, sir! Adam, please, let me go. You have to trust me. Just give me a chance! Commence drive unit disposal immediately. That's an order. Adam was right. If we had waited any longer, it would have meant the end of those we had come to rescue, and the end of us as well. I knew that, but... And at the very least, we wouldn't be standing here now. That's what the commander was most scared of. The commander was most scared. Ich war ein Kind. Kein Mensch muss die Entscheidung machen, die Adam gemacht hat. Und alles, was ich konnte, war zu fragen, was seine Autorität und machen die Dinge mehr schwer. Hey, du warst nur ein Pup, und der Kommander weiß es. Schau, es vergessen. Entschuldigung, dass du eine Nürbis hast. Wir besser gehen gehen. Mann. Ist etwas wie das jetzt passiert? Best zu vergessen. Ich bin weg. Ich wusste die Frage, die Antony entdeckte. Und ich wusste die Antwort. Wenn etwas wie das wieder passiert, dann würde ich schnell das glimmer der Hoffnung und versuche für Redemption. Das ist wer ich bin. Ja. Ein etwas längere Sequenz. Und ich kann mich sagen, muss man voll anschließen. Ich glaube, ich würde genauso handeln. Stirb, 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 stirb. Ich glaube, dass er seinen Bruder geopfert hat. Das ist echt, ich sag mal, heftig. So, und wir machen uns mal weiter auf den Weg. Okay. Ah. Der Krüppelbeam. Boss. Okay. Der Krüppelbeam. Okay. Hüpfer. So. Ich denke, hier wird es wieder nicht anders sein. Und. Heppa. Wunderbar. Da unten. Heppa. Da ist was. Ich wusste es. Was haben wir hier? Ein Tankbauteil. So. Sehr schön. Hochofen Kontrollraum. Okay. Mal gucken. Ich würde sagen. Da will ich hier nicht durchkommen. Jumpen wir runter. Juhu. Langsam aber. Wer weiß, was uns hier erwartet. Okay. Höppa. Soll ich mich eventuell ein bisschen wegsetzen. Damit ich besser spielen kann. Damit meine Kontrolls nicht spacken. So. Gucken wir mal. Ja. Super durch den Raum geschossen werden. Mit High Speed. Okay. Okay. Jetzt können wir es selbst kontrollieren. Okay. Es fällt. Fällt. Oh oh. Om nom 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 nom. Lecker, wa? So. Om nom nom. Om nom 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 nom. Komm, esse es. Fräs. Was? Ah. Okay. Das sind Grapple Beam Halterungen. Und der hat eine gefressen. Verdammt. So. Aktivieren wir mal Samus. Und damit kommen wir dann zum Grapple Beam. Okay. Got it. So. Schauen wir mal. Das wird lustig. Oh. Jiselman. Juhu. 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 Oh Woh. Juhu. 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 Sprichpunkt am Bauch Anscheinend jedenfalls Okay Scheint mir auf jeden Fall der nächste Boss zu sein Ah, okay Okay, ich hab zwei Ideen Die Unterseite vom Bauch ist sein Schwachpunkt So Okay Wunderschöner Boss, muss ich sagen Die Idee finde ich grandios So, komm her Ich versuche einfach in die Richtung Des Bosses zu drücken So Sehr schön Aber endlich werden wir das Viech dann auch los Um ehrlich zu sein Ich bin froh, wenn ich das Viech da hinter mir habe Wow Scheiße